Prasarita Shirshasana, der Kopfstand mit gespreizten Beinen. Vishnu Brema von Yoga Vidya zeigt, wie es geht. Vom Fersensitz Vajrasana ausgehend, komme zum Kopfstand Shirshasana. Shirsha heißt Kopf, Prasarita heißt ausgebreitet, ausgedehnt, gespreizt. Wenn du in Shirshasana bist, dann gib die Beine zur Seite, so weit wie du kannst. Das ist Prasarita, also die Beine sind, oder Prasarita, Beine sind gespreizt. Diese Stellung ist eine gute Übung für die Flexibilität der Innenseite der Beine. Gerade wenn du diese Prasarita, diese Ausbreitung der Beine im Kopfstand machst, geht das relativ entspannt. Denn das Gewicht der Beine wird von der Schwerkraft nach unten gezogen. Vollkommen entspannt kannst du die Grätschflexibilität erhöhen. Alle Variationen von Asanas findest du auf wiki.yoga-vidya.de Das Gewicht auf wiki.yoga-vidya.de